Hallo und willkommen zum neuen Video. Heute mal im Außeneinsatz, denn wir testen heute eine Magnetfußantenne. Die N2RS Antenne, das sieht aus wie so ein kleiner Knuppel als Magnetfuß, wird bei Facebook und eBay momentan überall angeboten und bei Amazon im Schnitt ja 20 Euro oder 15 Euro, so in dem Dreh kostet die. Soll nicht sehr groß sein, 19 Zentimeter nur hoch, die ist hier drin. Ich würde sagen, wir packen sie mal aus, schauen sie uns an, dann messen wir so ein bisschen die Stehwelle und ich werde dann mal gleich einen kleinen Test machen. Es ist leider ein bisschen windig, ich hoffe man versteht es, aber ich bin bei der Sommerhitze hier mal rausgefahren, ein bisschen auf meinen Hausberg. Hier stehen ein paar Windräder, aber hier mache ich meistens UKW-Contest. So, ich würde sagen, wir packen sie einfach mal aus. Ich schneide sie einfach mal hier oben vorsichtig auf. Das ist der Strahler wohl und der Rest wird dann wahrscheinlich ein kleiner Magnetfuß sein. Machen wir hier gleich alles auf. Gut verklebt. Ja, Magnetfuß, kleiner Magnetfuß mit PL, ein bisschen Stoff hier unten drin. Machen wir am besten auch gleich hier mal. Das ist der Magnetfuß und das ist der ganze Strahler. Mehr ist es eigentlich nicht. Man kann es hoffentlich erkennen hier. Moment. Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu nah. Also 136 bis 174 steht hier drauf und dann 400 bis 470 PL alles und ein PL Stecker. So, das schraubt man hier so drauf. So, und das ist wohl die ganze Antenne. Mehr ist hier nicht dabei. Ich kann hier auch nirgendwo die Stehwelle verändern. Na ja, ich würde sagen, probieren wir sie einfach mal aus. Ich habe hier meinen Antennen-Analyser auch mit. Den kennt ihr aus dem letzten Video. Link lege ich euch mal mit rein. Und da schauen wir mal. So, Leute. Verpacken wir die Antenne mal aufs Dach. Festhäuser. Schön stabil. Was mir aufgefallen ist, das Kabel ist relativ starr. Das fühlt sich fast an wie so ein Ecoflex 5 oder sowas in der Richtung. Als Referenzmodell ist hier noch eine Diamond MR77. So, das ist erstmal platziert auf dem Dach. Und jetzt messen wir ganz einfach mal, was da für eine Stehwelle bei rauskommt. So, das sind wir wieder. Das Kabel von dieser neuen Antenne ist etwa einen halben Meter länger, wie die von der Diamond. Ist auch wesentlich starrer. So, ich mache mal das gute Stück mal an. So, was wollen wir machen? Machen wir erstmal Einzelfrequenz. 145... Oh! Das ist natürlich keine schöne Stehwelle hier auf 2 Meter. Also auf 145 Megahertz, sagt er mir hier, ein Stehwellenverhältnis von 11,4. Da fällt die natürlich erstmal komplett durch. Ich mache mal Multifrequenzmodus, 5 Frequenzen. Da habe ich nämlich auch die 70 Zentimeter Frequenz. Also ihr seht hier, 145 Megahertz Endausschlag. 431 Megahertz, was ja so in etwa die Relais-Eingabe-Frequenz üblicherweise ist, ist er bei einer Stehwelle von 4. Das sieht natürlich katastrophal aus. Okay, ich gehe erstmal wieder raus. Jetzt stecke ich mal schnell um. Ich kann bei der neuen Antenne auch nicht die Stehwelle in irgendeiner Art und Weise ändern. Bei den meisten Antennen hat man ja so eine kleine Schäubchen dran, wo man das ändern kann. Ich stecke jetzt mal die Diamond dran, mache hier eine Einzelfrequenzmessung. Erstmal wieder die 145 Megahertz. Da seht ihr natürlich eine Stehwelle von 1,32. Das ist natürlich erstmal super. Ich mache mal die Multifrequenzmessung, also wo ich alle meine Frequenzen drin habe. Und hier seht ihr auch. Auf 145 Megahertz ca. 1,4 und auf 431 Megahertz 1,6, 1,5 würde ich sagen. Ich mache nochmal die Schieneantenne dran. Das Kabel ist echt schön, also das fühlt sich hochwertig an. Aber die Antenne ist es natürlich nicht. So, ich gucke jetzt hier nochmal. So, das sind die Reflexionswerte der Schieneantenne, sage ich jetzt einfach mal. Und ich glaube, ich glaube, da brauchen wir uns nicht wirklich drüber unterhalten. Also, selbe Bild wie davor. Ich gehe nochmal ganz schnell zur Antenne selber. Also, draufstecken tut sie definitiv richtig. Es ist kein Kontaktfehler der Antenne. Das heißt also, ich kann es mir eigentlich sparen, diese Antenne wirklich in Betrieb zu nehmen. Weil bei so einer Stehwelle mache ich mir mein Gerät nicht kaputt. Das Einzige, was ich noch anbieten kann, ist sowas hier. Die kennt vielleicht der eine oder andere. Das ist hier so eine Antenne, die man so für Handfunkgeräte nutzen kann. Und ich werde die mal kurz dran stecken. Mal schauen, was da rauskommt. Die Antenne, die ich jetzt dran habe, ist etwa fast so groß wie die Diamond. Hat natürlich ein wesentlich dünneres Kabel. Schauen wir uns das hier mal kurz an. Ja, Stehwelle von zwei etwa für jedes Band. Also, die ist schon mal wesentlich besser. Die hat, ja, was kostet die? Beim freundlichen Chinesen um die Ecke kostet die keine 10 Euro. Ist allerdings nicht sehr windstabil. Und verträgt auch nur, ich dächte, 10 Watt. Machen wir jetzt nochmal eine Einzelfrequenzmessung. 431 Megahertz hat sie eine Stehwelle von zwei. Das kann man zur Not mitarbeiten. Das ist kein Problem. Und jetzt schauen wir uns nochmal schnell die Reflexion an. Das sind die Reflexionswerte der kleinen Antenne. So. Also, das ist diese China-Antenne. Wie gesagt, 19 Zentimeter oder was das sein soll. Oder 12 Zentimeter. Ich weiß es gar nicht. Könnt ihr vergessen. Daneben, das ist die MR77 von Diamond. Und Preis ist, glaube ich, so um die 30 Euro. Selber getestet oder selber benutzt, habe ich die Antenne schon bis 170, 160. Ich hatte da noch keine Kratzspuren oder Schleifspuren oder irgend sowas in der Richtung. Und nochmal gleich daneben, das ist eben diese als Handfunkgeräteergänzungsantenne. Da muss ich allerdings jedes Mal einen Adapter hinschrauben, weil sonst wird das nichts. Das ist praktisch hier so eine Kabelpeitsche, wo ich dann auf N adaptieren kann. Aber dafür kann ich so auf die ganzen Baofeng, Voxun und wie sie nicht alle heißen, die ganzen Geräte draufschrauben. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war euch eine Lehre. Es hat euch geholfen. Vielleicht eine Kaufentscheidung. Also mein Tipp ist, holt euch von Diamond die MR77. Diese kleine Antenne hier. Vergesst es. Lasst es sein. Meine Antenne habt ihr gesehen. Ihr macht euch die Endstufe kaputt. Beziehungsweise die Endstufe regelt so weit runter, dass sowieso nichts mehr rauskommt. Lasst es sein. Das einzig Nützliche, was man vielleicht von der Antenne brauchen könnte, ist der Fuß mit diesem PL dran. Aber das wird für die meisten Antennen eh zu klein sein. In diesem Sinne, lasst mir einen Daumen da oder einen Kommentar da. Empfehlt mich weiter. Ich bedanke mich für ein Abo. Ich bedanke mich für Kritik oder für Lob. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.